Schluss mit den Lügen der Kirchen und Freikirchen. Jesus liebt dich ist eine religiöse Lüge und ich sage dir warum. Ich bin mit den Spruchen in Freikirchen groß geworden. Jesus liebt dich. Es gab Aufkleber, die das jedem bekannt machen sollten. Komisch ist schon, dass die Apostel nicht gepredigt haben, dass Jesus dich liebt. Wir lesen etwas über Gottes Liebe in der Bibel, aber das wurde nie den Unbekehrten gepredigt. Den Sündern wurde gepredigt, tu Buße und lasse dich taufen. Unterstellen wir den Menschen, die diesen Spruch damals verbreitet haben und heute noch verkündigen und glauben, dass sie einfach Gottes Wort nicht gelesen haben. Dass sie einfach glaubten, dass das reicht. Dass die Menschen um Gottes Liebe wissen und sich dann in die Arme Gottes werfen würden. Die Früchte eines falschen Evangeliums, einer Lüge, können nicht gut sein. Ich höre schon die Kritiker, die jetzt behaupten, dass ich lüge, wenn ich sage, dass der Satz Jesus liebt dich eine Lüge ist. Gottes Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat, in dem er für uns starb, war eine einmalige Liebe. Ein einmaliger Liebesbeweis für jeden Menschen. Und es ist der Weg, den Jesus zum Vater für uns aufgemacht hat damit. Aber dass Jesus dich einst am Kreuz liebte, bedeutet nicht, dass Jesus dich heute liebt. Wer heute sagt, Jesus liebt dich, meint damit, dass Jesus dich heute liebt. Und jetzt schauen wir uns einen Vers in Gottes Wort an, der Dynamit ist, der das heuchlerische Lügenkirchsystem einstürzen lassen kann, weil wir alles auf Lügen aufgebaut haben. Wir lesen in Johannes 14, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Zuerst gibt es Bedingungen, die der Mensch erfüllen muss. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Es geht zunächst darum, dass wir Gott lieben sollen. Dass wir zeigen, indem wir uns an Gottes Gebote und an Jesu Wort halten und dieses befolgen. Und dann tritt ein Automatismus ein. Doch weil dieser Automatismus bei mir erst mit 50 Jahren eingetreten ist, weiß ich, dass er bei sehr, sehr vielen nicht eingetreten ist. Denn die Liebe Gottes und die Liebe Jesu kommt nicht ohne eine Offenbarung Jesu. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ich durfte bei meiner Bekehrung eine solche Offenbarung erleben, die mich schwer beeindruckt und verändert hat, die mich in einem Moment von der Sünden- und Weltliebe, von der fehlenden Gottesfurcht befreit hat. Jesus liebt dich, kommt nicht automatisch, sondern ist an Bedingungen und an eine Offenbarung Jesu geknüpft. So viele Menschen wird bei der Taufe, Konfirmation oder Evangelisation gesagt, dass Jesus sie liebt und vielleicht erlebten sie auch ein schönes Gefühl. Aber wer nicht die Bedingungen erfüllt und eine Offenbarung erlebt hat, der hat irgendetwas anderes erlebt, aber nicht die Bekehrung, wie Jesus sie beschreibt. Wer die Sünde noch liebt, wer die Welt noch liebt, der ist nicht bekehrt. Ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Das gehört zusammen. Das ist die Bekehrung. Das ist der Moment der Bekehrung, der Gotteserkenntnis und der Furcht des Herrn. So vielen Menschen wurde bestätigt, dass sie sich bekehrt haben, als sie ein Übergabegebet gesprochen haben. Aber auch das ist total unbiblisch. Johannes 14, 21, das ist die Wahrheit. Wenn Jesus sich dir nicht offenbart hat, dann hat Jesus dich nicht lieb. Und das ist kein Grund zur Traurigkeit, sondern zur Empörung, weil die Kirchen und Freikirchen dir Lügen über Jesus und die Bekehrung erzählten. Sie erzählten dir, dass du auch als Sünder von Gott geliebt bist. Und welche Bedingungen hat Jesus gesagt für seine Liebe? Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Die Kirchen und Freikirchen halten dich absichtlich oder unabsichtlich von der Liebe Jesu fern. Denn indem sie dir ein falsches Evangelium predigen, lassen sie dich nicht zu ihm. Und sie tun es, weil sie es nicht besser wissen, weil sie Gott nicht kennen. Für die Kirchen und Freikirchen bist du ein Teil ihres Geschäftsmodells. Wenn Jesus sich dir offenbaren würde, wüsstest du, dass du auf diesen religiösen Zirkus in den Kirchen und Freikirchen verzichten könntest, weil alles nur Show ist. Sie würden dich verlieren, deine Begabung, dein Geld und deine Zeit. Du würdest plötzlich Jesus dienen und nicht mehr den Kirchen. Wenn Jesus sich den Menschen offenbaren würde, weil sie die Bedingungen erfüllen, dann könnten sie nicht mehr Kirche spielen. Selbst wenn Kirche es besser wüsste, würden sie den Menschen die Wahrheit vorenthalten, um ihre Macht zu sichern. Sie predigen den Menschen bewusste Lügen eines Glaube-Alleins und Gnade-Alleins, obwohl das genau Jesu Worten widerspricht. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt, ist viel mehr als Glaube-Allein und Gnade-Allein. Es sind religiöse Lügen, die Jesus selbst enttarnt mit seinen Worten. Und die Menschen kommen nicht in die Gunst, dass Jesus sich offenbart, weil den Menschen nicht Hingabe, Nachfolge und Gehorsam gepredigt wird. Wir sollen Gott lieben und wer das nicht tut, erlebt nicht Jesu Offenbarung. Wenn die Menschen Jesus kennen würden, weil Jesus sich offenbart hat, dann würden die Menschen nicht mehr so untertänig sein, so naiv und so abhängig sein von den Kirchen und Freikirchen, sondern sie wüssten ganz genau, dass sie den kirchlichen Rummel nicht mehr brauchen, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt, der ihr Lehrer ist. Und sie wären den Pastoren haushoch überlegen, weil die Pastoren Gott ja gar nicht kennen. Wir dürfen nicht glauben, dass jemand, der die historisch-kritische Theologie studiert hat und damit Gotteslästerung, dass Jesus sich dem offenbaren würde. Ein Pastor hat bewiesen, dass er sich dafür disqualifiziert hat, dass Gott sich ihm offenbart. Jesus sagt den Pastoren nicht, ich liebe dich, weil Jesus ihre Rebellion hasst. Die Pastoren haben die Bedingungen nicht erfüllt und das wissen sie. Und sie haben keine Offenbarung Gottes und das wissen sie. Glaubst du wirklich, dass Jesus zu einem Pastor sagt, du hältst zwar mein Wort nicht, du befolgst meine Gebote nicht und hast stattdessen Gotteslästerung studiert, aber ich liebe dich trotzdem und offenbare mich dir? Ein Pastor muss in deutlich entschiederem Maße öffentlich Buße tun, damit Jesus sich ihm offenbart, als wir normalen Sünder. Denn öffentliche Sünde braucht öffentliche Buße. Ich hoffe, du erkennst das Dynamit dessen, was du gerade gehört hast. Das Kirch- und Freikirchsystem ist ein Fake-System, das vorspielt, irgendetwas mit Gott zu tun zu haben, aber nichts mit dem lebendigen Gott gemeinsam hat. Es ist nichts als Lüge und Heuchelei, so wie Jesus es damals auch den Pharisäern gesagt hat. Jesus hat sich dort niemandem offenbart. Es gibt nicht einen Pastor, der HKT studiert hat und nicht Buße getan hat, dem Gott sich offenbart hat, denn Gott steht zu seinem Wort. Jesus liebt dich nicht, sollten wir predigen. Wir sollten den Menschen predigen, warum nicht? Weil sie im Ungehorsam und in der Sünde und in der Rebellion leben. Die Menschen erfüllen nicht die Voraussetzung, damit Jesus sie liebt. Denn wenn er dich liebt, würde er sich dir offenbaren. Und statt Selbstmitleid ist jetzt Buße gefordert und Ärmel hochkrempeln und ein Anfangen, Jesu Gebote endlich zu befolgen.